Heumatrosen und Piratenbeute, herzlich willkommen zurück zum... ...Heroes of the Storm. Ich bin auch da. Ja, und ich auch. Tschüss. So, die beiden Mädels sind auch mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Und kaum ist die Aufnahme an, ist der Max am übersteuern. Das ist ja unglaublich. Ja. Echt sich. Ja. Ja, aber ich hab's Spiel neu gestartet. Ja, ne, du bist einfach nur sehr laut am Sprechen. Ja. Achso. Aber ich red doch ganz normal gerade. Was wollt ihr denn von... Oder nicht? Was ist denn da los? Au, 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 au. Spastis. Lol, der Chaco. Ich hab Ohrenstöpsel. Der Chaco. Der Chaco. Was? Was für Chaco, Mann? Da ist Chaco. Da. Der kleine Wichser, da ist Chaco. Alter Schwede, wer ist Chaco? Ey, was redest du für ne Scheiße? Ich hab'n Tinnitus, Alter. Ja, geht wieder ab hier, Leute. Ich dachte mir immer wieder Heroes of the Storm. Inzwischen ist Alex übrigens richtig der krasse Heroes of the Storm Pro. Er wird also die Calls machen. Ich hab' seit... Jetzt hör' mal auf rumzuheulen. Was? Seit Oktober, glaub' ich, hab' ich das tatsächlich nicht mehr gespielt. Kommt hin. Krass, du bist richtig heftig. Da hab' ich noch Outlast Let's Played. Boah, ist das lange her. Oh, der ist auch viel besser. Naja, jedenfalls, ähm, Alex hat voll die Ahnung. Auf seinem Kanal kommt weiterhin immer Heroes of the Storm. Und der, äh, castet auch die EPS in Heroes of the Storm. Ja, und ich bin auch da. Und ich kann beides nicht. Vorbeischauen. Marcel, musst du dich immer in den Vordergrund drängen. Hey, ich wollt' auch was sagen, Mann. Steht auch schon in den Kommentaren. Lest aber die Kommentare unter meinem Video. Das ist doch Monika für mich selber. So. Wir kommen zurück. Zu einer weiteren Schifffahrt. Mit Marcel und dem Alex. Heute spielen wir auf Garden of Terror. Fight the Shamblers. Collect Seeds. Control. GARDEN TERROR! Alter, ich stell' mal das Mikro ein bisschen weg, Digga. Was denn, Digga? Ich bin dünn. Ja, dünner. So. Ich rede ganz normal. Ich weiß nicht, was euer Problem ist. Jetzt ist es wunderbar, ja. Ich schreie halt manchmal rum. Ach so. Jetzt wusste ich noch gar nicht. Oder soll ich mir ein Mikro für 10 Millionen Euro kaufen? Ja. Warte, sprich mal ein bisschen lauter. So. Mal gucken, ob ich wieder reinkomme. Ich spiele den harten Stecher aus der Hölle. Also Diablo. Jawoll, passt schon. Der sticht hart. Du sticht einfach hart. Du sticht einfach hart. Direkt in See. Der hat super harte Stacheln aufm Rücken. Geil. So. Die sind besonders angenehm. Nice. Schön, schön, schön. Ja, was skill ich. Ich geh in Mitte, ne? Kille, Kille. Alex, du hast... Was ist das denn hier für ne Map? Ich hab gar nicht hingeguckt. Warte. Da ist die Gartenkacke, ne? Ja. Ja. Und wir zwei gehen mal unten. Jo. Und die anderen beiden, die sollen... Nein! Wo? Kann ich nochmal zurückskillen? Nein. Fuck. Mauen wir auf B, ne? Ey, blocken ist... Blocken ist schon ganz gut. Äh, auf Y, glaub ich. Ne, B. Ja, B ist back. Na her. B, B. Guck dir das 4 an. Was macht ihr denn da gerade? Achso, warte mal. Ich lauf die ganze Zeit gegen die Wand, ne? Wir haben noch gar nicht angefangen. Wo bin ich? Alter, ich finde meinen Charakter nicht. Alter, der Marcel ist so ein... Egal in welchem Spiel. Das ist der Ultranook. Ich bin die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen. Alter, der Typ ist so behindert. Warum ist hier keiner in der Mitte? Oh, warte, ich muss spielen. Äh... Ach, boah, Alter, ich muss jetzt nur... Scheiß jemand an. Ja, so. Ich bin jetzt da. Ey, das wollte ich machen. Alter, ich mach gleich First Blood! Gegen zwei hier. Bleibt ihr mal unten, ne? Ich geh mit der EP. Mach mal. Ha, da ist er. Der kleine Mann. Komm her! Komm ran! Alter, warum wird denn der Sound... Da muss er jetzt alleine durch. Ich muss den Sound jetzt lauter machen. Nö, mein Freund? Ja, du machst das schon. Ja, ich nehme jetzt Seratool komplett auseinander. Oh, fuck. So, lol. So, lol. Ja. Ja, herrlich. Helden, schon bald ist es nacht, hast du gehört? Ja. Oh, bald ist es nackt. Hey, ist nackt schon. Bald ist es nackt. Ja. NACKT! Dann heißt es wieder Hosen runter. Und Pillemann. Party. Gut. Aua! Komm mit, Junge! Komm nach da! Schlag der Giganten! Oh, fuck! Warte, ich komme. Ich komme. Ich komme. Oh, ich kill den! Ich kill den! Ich kill den! Ich kill den! Ja! Warte, ich schmerzt mein Gehirn gerade! Den hole ich mir! Gib ihm! Gib ihm! Gib ihm! Ah! Müssen wir nicht. Wir müssen auch hier die Samen pflanzen holen. Ja! Samen! Samen! Lecker! Und du musst... Besamt mich! Wo ist der Brunnen? Hinter der Brunnen. Hinter der Wand. Hier? Nein! Da links? Da. Mann kacken! Kann ich jetzt weg oder muss ich hier bleiben? Nee, du kannst... Ja, jetzt weiterlaufen. Nein! Oh, guck mal! Bums! Easy! Das sind ja richtige Noobs! Äh, Firestorms Damage. 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 So. Äh, ja. Ich hab kurz gelesen, okay? Okay. Information. Ich sammle die Samen mit meinem Gesicht. Sammle die Samen! Komm, ich... Das erinnert... Das erinnert mich grad an. Ich hasse Harry. Sammle die Samen! Continue! Ja! Oh, ja, oh, ja, hepper! Hallo! Ja, ich mach' ich... Ich bin hier voll... Was, ja, ich bin hier... Hier, der Dicken! Achso, ja, sorry. Du musst den tanken. Äh! Watt, was, was, was macht der? Hau ab! Wow, wow, wow! Mann, ich tanke dich! Mit meinem Gesicht! Ah! Mach' mal deine Flammen! Ja! Da ist er! Wo denn? Oh ja, ich seh' ihn! Wenn er noch mal kommt, ist er dran, der Junge. Boah, wir haben gerade Kohl geklaut, ey. Ich schwöre, hab Hedgster sehen müssen. Krass. Oh, Alter. Ingo abhielt. Oh, nice. Nice, nice, nice. Den hab ich. Hier. So, warte, wo ist er hin? Da. Hier. Gefangen. Der Pirat. Nicht. Nein. Warum bin ich denn alleine unten, ihr Knechten? Ja, mach du einfach alleine unten. Ja, da sind nochmal zwei. Du bist so ein Opfer, Marcel. Weißt du was, du bist? Ja, 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 nee. Ruhe jetzt. Okay. Da kommt der Einhorn, Mann. Sag mal, Adix, du feinst das immer, oder? Ja. Eigentlich nicht immer. Es gibt doch inzwischen richtig viele neue Champions, seitdem ich es nicht mal gespielt habe, oder? Äh, 3 oder so, ja. 85. Warte mal, der Alice, der dreht durch. LSD? LSD dreht durch. Oh, Mann, Alter. Tatsache. Ich brauch mehr Seelen. Der heißt LSD, ja? Ja. Ich hab gerade. Seelen. Guck mal, jetzt hab ich's nicht gefällt, DB. So. Der Muradin gegen Muradin ist auch nicht so. Der hat sich auch nicht bewegt, was man sich wünscht. Mehr Seelen nehmen, Alex? Äh, ja. Insgesamt? Oder eine Seele mehr Regeneration? Mehr Regeneration. Und der System ist immer besser. Ja, jetzt bin ich dauernd. Ich bin tot, ich bin tot, ficken dich, ficken dich, ficken dich. Nice. Du kannst nie eine Lane halten. Wen kann ich nicht halten? Können wir hier der Zehner holen mit? Ja, komm. Lägen will er zurück porten. Das ist unglaublich. Ne, der LSD. Der LSD. Der hat seinen Namen schon zurecht. Äh, hier oben ist ein Camp? Ja. Glaubst du überhaupt, welchen Drogen der so ist, ey? Bestimmt, ey, der hat bestimmt heute Bier getrunken. Oh. Oh fuck. Jaja, kämpf du weiter. Kämpf weiter. Ich hab ihn. Gut. Ich geh runter. So, den machen wir. Runter. Klaro. Nicht. Nicht. Aber den da. Ja, hast du gesehen? Der Pro ist back. Back. Der Pro ist back. Der Pro mag Speck. Ich mag das. Gebäck. Ich mag Gebäck. Geiles Camp. Und ich hab mal gelebt in Quebec. Was hatte ich im Abi? Was? Was? Wer ist Quebec? Das ist eine Region in Kanada. Die möchte... Ja, verteidigen. Ey, ich kann nicht gegen mich selber und noch einer zu kämpfen. Angriff! Junge. Ey. Ich glaube, es hackt, oder? Alter. Ich hab mal dich eingekesselt. Komm ran, du Hoden. Ey, ich kack mich hier voll. Weil ich brauch Hilfe ohne, ey. Bitte mit Camp Aufnahme. Ja, hab ich schon, ey. Ich komm runter, Marcel. Marcel rein. Ja, helfen mir doch mal, ey. Ja, auf dem Muradin ins Gesicht. Komm ran, Junge. Du bleibst hier, du fettes Stück. Hey, hey. Ich bin derselbe. Also, Ruhe jetzt. Start beleidigend. Der ist einfach nur eklig, der Mann. Weil der sich nicht wäscht. Mach den Mann. Der Tod. Mach mal hier hinten die Baller und so. Weil der sich wohl nicht. Ich bin da, ich bin da. Ich bin da, ich bin da. Ach so, da hinten. Ja, die wollen nicht. Oh, nicht. Angriff der Klon-Klöpse. Klon-Kakache. Da hat wer geschissen. Da kommt der Dicke. Okay. Okay, komm. Wala, wala, wala. Wala, wala, wala. Wala, wala. Wala, wala, wala. Bopi! Bin ich in Paris, höre ich, eh. Wala, komm ich nach Berlin, höre ich. Ey, wala. Oh, nicht schon wieder, ey. Oh, den hab ich gerade noch geschnittenen Part. Ey, das war, das war irgendwie komisch. Ach, hab ich das damals schon gesagt? Das ist meine Heroic Ability, welche soll ich nehmen, Alex? Nimm die Große. Ne, die Große. Ne, die Große. Ne, die Glitzarten ruhig. Der Atem? Ja. Ich wollte nicht drauf atmen. Ich erkunde mich beim Dingens, ne? Dann wird sie herausstellen, ob du lügst. Beim Kaldor meinst du? Ja, beim Kaldor. Easy. Kalter Mann hat die Hosen an. Ich schreibe ihn direkt in alle Hand. Aber jetzt für Nubs ist halt der Blitzarten besser. Hey! Ich bin Playmaker seit ich hier noch spiele. Playmaker? Dein Gesicht? Playmate bin ich. Oh genau, drei ihr Penner, verpisst euch! Ich leck dich! Ich leck dich! Oh lecker! Ich leck dich, was? Ja, ich leck dich. Mir ist grad nix bestes eingefallen, um ihn einzuschüchtern, verstehst du? Ruft euer Ungeheuer herbei. Ach ja, das muss man ja rufen, die Kacke, ne? Ja, 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 da muss einer nehmen. Macht der Teigestart? Ne, mach du ruhig. Ich hab aber kein Leben. Ne, nicht Marcel. Ist egal. Doch, klar. Kannst dich mal ein bisschen behälschen? Ja, so ist es aber. Behälschung! Gut. Der Gegner lebt auch. Der Def! LOL, der Def! Noob! Noob! Jetzt kommt der Run! Der Run! Ge nach Hause, du! Weißt du, warum nicht keiner mag? Weil du die Deutschen nur beleidigst? Einmal ein bisschen freundlicher. So, gleich mal ich stehe. Nein! Lass mal auf. Bin dein Blümchen! Bin dein Blümchen im Sonnenschein. Hä, wo ist unser Pi hin? Der bleibt drin stehen? Ne, unten. Hä? Ja, aber ich hab beide fast geholt. Fast. Knapp. Guck mal, ich bin sofort wieder da. Weil ich einfach so krass bin. Das ist einfach so krass, Alter. Wo ist denn unsere Pflanze? Jetzt kommt die erst? Ja. Und das hat viel zu lang gedauert. Warte, ich kick die weg. Scheiße. Scheiße! Und weg! Jetzt ging's nicht! Oh, jetzt! Die Zagara! Zagara! Was ist das? Ihhh! Ich bin tot! Das ist ein Mampfen. Ich weiß. Klonklöpse! Klos? Klösschen. Von TKKG kennt ihr den? Ja! Der kam da angerollt. Mehrfach. Den haben sie geklont. Toiletten, Mann! Klopsklone! Wieso reite ich eigentlich nicht? Ich werd einfach super tank, ja? Okay. Okay. So, pass mal auf. Ich komm mal nach unten. Oh, fucke, das war mies. Ich geh da hin. Ich hab heute aber auch ne Aufmerksamkeitsspanne wie ein Brot. Fuck, fuck, fuck! Bist du da? Ist irgendwer da? Hey! Hallo, ich bin's. Nein. Doch. Warte. Alter, der rennt an mir vorbei! Ich krieg hier auf Nuss! Der LSD ist an mir vorbeigerannt! Das sind die Drogen! Jetzt rennt der weg! Der, ja! Du hast wirklich Schacko! Ja. Passt. Warte. Und jetzt geht's. Klingelingelingeling! Jetzt geht's aufs Maul! Hier kommt der Eier, Mann! Pops! Nummer eins! Klingelingeling! Hier kommt der Eier! Komm schon, Serratul! Noob! Voll! Ach, Roffel! So richtig Roffel sag ich dann nur. Ich schnapp mir jetzt nen Muradin! Schöne Essen! Alex, du musst mal Calls machen! Äh, das ist schwierig, wenn ihr die ganze Zeit sprecht. Hey, I just met you! Noob! It's crazy! So, wir machen, äh, wir verteidigen hier mal. So call me maybe! Okay. Da, 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 da! Boah, da, 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 da! Boah, und sick! Boah, und sick! Boah! 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 Und jetzt geh mal unten ans Monster hin! Wie! Dann hol' wir uns nochmal ein paar Samen, weil wir brauchen nur noch äh- Eins! Sechs Stück, dann kriegen wir noch nen Monster! Monster, Patti! Alter, der Serratul! So, warte mal! Ruhig mal so ein bisschen runterwärts in die Bücher rein! Ja, ja, da ist ein Serratul, Achtung! Uh, kein Ding, shum ли, ich hab Lust mehr! Kein Ding für'n King! Ich hab den Samen gelungen! Das hat sogar Marcel noch im Darm gespürt. Da ist er, da! Jetzt die Olle da unten! Was wollen die alle? Verpisst euch! Ich schwöre dir, Moradin. Auf den Diablo! Ich regenerier zu krass, du Opfer! Ich bin es! Wir haben die komplett outplayed, die Jungs! Alter, ich hab so gecarried den Fight! Ja, total! Ich schwöre, wenn du nicht da gewesen wärst, ich hätt gemeint. Alle Viewer sehen das bei mir. Schaut euch die Folge bei mir an, Leute! Komm vorbei! Du bist ein Hans, ey! Ja, vor allem, dass er in 10 Jahren hochlädst, ne? Ich schieb das Gefühl, der Max hatte so ein bisschen Samenstau durch seine Krankheit, ey. Du musst jetzt wieder alle groß lassen. Der hört mich jetzt gar nicht. Was soll ich jetzt sagen? Samenstau, mein Freund. Fire Stomp, Dealing Man Damage. Äh, nee. Tech Speeds Load, wenn sie mich angreifen. Ja, ja, ja. Das ist gut. Monster helfen wir oben, Deffen. Sei ruhig, Marcel. Hey, was willst du? Ich möchte dich nicht mehr hören. Weißt du, da musst du die Ohren ausmachen. Da, Samenstau, in der Mitte! Die Ohren aus! Ja, jetzt hat er mit dem Samenstau gehört. Ey, hier, Samenstau, ne Ohren hast du Samenstau. In der Mitte kam der Samenstau, Mann. Ja, go, go, Mitte, push! Guck mal, da wieder Samenstau. Samenstau, Spaß! Wir lutschen den Samen aus! Oder vielleicht auch noch nicht. Ich bin ein dummisches Schneckchen. Rein! Hier, ich hab ihn, ich hab ihn! Ah! Nicht! Okay, 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 okay. Komm her, komm her. Immer feste Druck! Da, da! Joop! Hoppa! Rein! Ich geh aufm Tank! Oh, shit! Nein, nein, nein! Geh weg von mir! Du Arsch! Du Arsch! Ich hab die Pflanze! Das war der Hund! Zabala! Bums! So! Der Nächste bitte! Da, der Xteratul! Ja! Geh weg! Alter, ich bin so der Playmaker! So, jetzt komm hoch! Merkt ihr eigentlich, dass wir da auch was dran? Nee! Ist doch egal! Und... Rein! Nächster! Sollen wir mal einfach weggehen? Mal gucken, was da ist. Und noch einer! Alter, ich kill die alle! Diablo, Double Kill! Ich bin der Geilste in der Hood! Bum! Marcel kann gar nicht! Papa macht Schaden! Oh Gott! Was hast du denn heute? Was hab ich dir getan? Weißt du? Leck mir mein... Geschmicht! Das ist einfach Tradition! Wenn wir Heroes spielen, ist Marcel war dein Noob! Ja! Was soll denn das? So, ich geh mal nach Hause jetzt! Ja, ich hab voll geüblich war! Ja, ist halt wenig! Was ist denn... Was ist denn D? Äh... Black Soul Stone! Ja, das ist deine Wiederbelebung, wenn du genug Seelen gesammelt hast. Ach, dann belebe ich mich wieder? Ja! Instant! Also 5 Sekunden! Falsch! Das ist das Lager hier! Marcel, du hilfst dem, genau! Wunderbar! So läuft! Ja, ja! Okay! Oh, der Zerratul oben braucht Hilfe! Was willst du, Alter? Aber damit hau ich die Seelen weg, ne? Was? Mit dem D? Nicht? Nee! Was? Was macht denn die D? Das ist doch eigentlich nur so... Oh, jetzt frisst er uns, ey! Alter, bist du ein Kackhaufen! Ja genau, Alter! Porsche Bart! Blutrausch, Alter! So, du könntest... Ja, genau! Mal weggeben! So! Nee, ich geh zum Brunnen! Geh mal da! Oh, der lebt noch! Oh, Zerratul! Boah, der will sich aber wissen, der Junge! Jo! Die wollen's alle wissen! Oh, jetzt muss ich mich beeilen! I'm coming! Nimm den auch noch! Schön auseinander, den Jungen! So, jetzt mach ich Sprint an! Und dann gibt's hier aufs Maul! Wunderbar! Jetzt der Diablo! Diablo, den nehmen wir auch noch! Einfach durch die Mitte gehen? Oder farmen? Nee, einfach gehen! Weil wir haben... Wir haben drei Stück gekillt, da können wir jetzt den Dings pushen hier! So, warte mal! Hier gibt's ein Türmchen! Nice! Jetzt einfach durch, durch die Mitte! Vier Leute tot! Da kommen Klöpse! Ich block die! Lass mich! Oh! Schau mal, wie schön ich glitzer! Du glitters! Ja, mein Rahmen! Klöpse! Ich brauche Regeneration! Ja, Samenrahmen! Ich übernehme! Obwohl nicht... Wir sollten... Ja, Samen machen! Ich mach die alleine! Mord! Alter! Komm mal mit runter! Jetzt muss ich D drücken! Nee, nee! Das geht alles automatisch! So! Jetzt muss ich D drücken! Jetzt hab ich's verstanden! Gut! Wirklich? So, jetzt fahren wir ja! Ich mach hier ein kleines Camp! Ja, mach du noch das kleine Camp! Marcel, hier! Wo hier, das? Nee! Marcel macht nie mit! Ich geh gleich! Wirklich! Ohne Scheiß, ne? Wie willst du aus dem Internet gehen? Ja, ich geh mich auf'n Knopf drück! Wann für'n Knopf? Wann bin ich weg? Für immer! Für immer! So! So, warte mal! Die machen... Oh, die haben oben Party! Oh, shit! Und bin ruhig ganz kurz nach oben! Ohhhh! Also jetzt haben die zwei getötet! Nee! So! Unaufhaltsame Kraft! Kla rudt! Well, weck! Nein! Still entspannt! Und weg! Lol. Lol. Walla, Walla. Jetzt noch einer. Walla, Walla. Weißt du, der Zeratool, der führt sich hier auf, als könnte er was. Aber der kann nichts. Och Mann, die Fresse da, ey. Ins Gesicht. Die sind doch ekelig jetzt. Da kommt der Damage in die Kluft. Bombs. Fass weg. Double Kill. Triple Kill Diablo. Was ist los mit euch, Leute? Ich war doch nur vier, fünf Monate weg. Es war so ruhig ohne dich. Alter, da ist er weggehüpft, der Penis. Ja. Da hübschen die Penisse. Au, au, jetzt schießen die auf uns. Gegen. Achso. Einfach weiter drücken. Drücken, immer feste drücken. Oh, scheiße. Monster, kein anderes Monster. Wir drücken. Alter, Tatsache. Hat da noch einer genommen. Oh, keine Minions, Moor. Ich wette, unsere Teammates sind nicht über Level 20. Ja, aber ich bin ja 85. Oh, ja, 85. Das ist nicht WoW. Doch, nicht? Das ist in dem Glauben, dass Diablo in WoW spielt. Ich bin doch Diablo. Kannst du in WoW Diablo spielen, frage ich mich? Ja, du kannst das. Wenn du fest daran glaubst. Head of Flat kann das. Warum kommt der mit der Scheiße? Ja, die Pflanze, die Pflanze mit der Pflanze töte. Macht doch nur Sinn. Weißt du, Blutsbrüder sind so. Kennst du den Film nicht? Blutsbrüder. Was sind Sie doof? Was sind Sie doof? Was sind Sie doof? Ja, Blutsbrüders, Alter. Okay. Und bald kommt Heilbrüder. Ja, und Bärenbrüder. Nee, der war schon. Der ist schon alt. Noil! Eigentlich können wir auf die Mitte drücken, ja. Oh, schön. Das war nice. Jetzt spuck ich ihm hinterher. Ah, die wollen mich hart. Aber ich die fick... Hä? Hallo? Doppelkill, dreifachkill, vierfachkill. Quadra, klöpse. Jetzt einfach drauf auf den Nexus. Ich bin da nicht clown. Jetzt wird geprügelt. Hier, du Arsch. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Geh kaputt. Schade. Warte. Oh. Hey, hat die mich beworfen gerade? Ich schwöre. Ich schwöre das. Ah! Dann klatscht es. Dann klatscht es aber derbe hier. Das gibt es doch nicht. Ein Händler bei Roller. Alter, kann ich mal aufhören, immer wegzugehen, wenn ich stirbe? Oh Gott, ich bin gleich tot. Ich will aber nicht... Nein. Durchhalten. Ich mach das. Ich mach das. Ich mach das. Ich bin doch immer bereit. 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 Jawohl. Der Noob beendet das Spiel. Soll ich dir mal was sagen? Halt die Schnauze. Wer war tot? Ich nicht. Du wesentlich öfter. Äh, du. Äh, 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 äh. So, wir haben gewonnen. Wegen wem? Wegen mir. Genau so. Wegen mir. Hallo, 29 Kills. Ein Tod? Ja, komm. Weißt du, weißt du? Nee. Hard Carry. Ruhe. Ruhe jetzt. Ich hab gewonnen. So. So, hier. Ich bin Level 8. Sehr gut. Neue Skin-Variante. So, wenn ihr auch so Kopfschmerzen wie ich habt, dann gebt ihr einfach Daumen hoch. Daumen hoch, hier bitte. Hast du von mir jetzt. Von mir auch. Haha. Ja, 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 lololol. Und noch einen. Okay, tschüss. Tschüss.